Hallo Leute, jetzt kommt's aus dem Spiel. Wie ihr wiedersehen könnt, spielen wir heute eine Runde Arsenal. Ja, wir gehen auch direkt los, denn wir sehen hier schon im Hintergrund, dass die alle sich gegenseitig bekämpfen. So. Oh. Oh, das hat geraukelt. Oh, das ist klar, der kommt aus dem Nix. Ah, jetzt habe ich wenigstens eine Waffe. Ja, komm. Mhm. Ja, ist nicht so leicht. Oh, okay. Hä? Ich habe ihn doch getroffen. Nein, Leute, ich bin nicht mehr ganz so drin, wie man merkt. Ja, kann mit der Waffe auch wenig machen. Leider. Ah. Ja, das ist nice. Ja. Ja, das ist nice. Hilfe. Nein, verdammt, jetzt habe ich die Waffe nicht mehr. Ja. Oh. Perfekt. Perfektor. Ich bin... Wo bin ich? Bin ich mal in der Liste? Perfekt. Bin nicht mal in der Liste. Wie schade. Kann ich mal in den Laden gucken, was ist hier so neu ist. Ah, habe ich sogar schon. Hm. 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 Ja, okay. Nix. Ja. Natürlich. Eine Banane. Oh. Okay. Ja, gut. Habe ihn getroffen. Wie auch immer ich ihn getroffen habe. Oh. Hä? Rocket Launcher. Ein Raketen Launcher. Ich habe sogar beide getroffen. Naja, immerhin habe ich jetzt eine neue Waffe. Okay. Oh. Oh. MGL. Ne, MGL. Die kenne ich gar nicht. Ich freue in der Ordnung, was die machen. Ist eigentlich hier irgendjemand, oder? Ich würde mal eine... Wow. Wow. Ja, Junge. Lass die aber auch einen sehen, ne? Das wundert mich immer. Wie könnt ihr einen sehen, Junge? Oh. Ja, Junge. Das soll man machen, wenn der einen abschließt. Teamleiter. Okay, natürlich. Ja, mit dem Schneeball kann man ja auch viel machen. Ich kann ja auch viel mit dem Schneeball machen. Das funktioniert ja auch, ne? Okay, okay, okay. Nee. Ja, Junge, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Kann ich jetzt mal eine andere Waffe außer dem Schneeball? Dün, 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 dün. Ja, mhm. Na, natürlich. Ey, ne, ich hab drauf gar nicht keinen Bock mehr. Danke für die andere Waffe. Da. Und. Ah. Junge, ich habe in dem Moment, wo ich gestorben bin, gedrückt. Jo. Ah, ich war zu lang, tschüss. Naja, so schnell kann man nicht reagieren, ne, das ist halt scheiße dann. Aber ich habe trotzdem 14 Kicks. Das schmeckt doch. Ja, ich kann halt nichts machen, wenn meine Waffe leer ist. Ah, okay. Nice. Ich habe gar keinen Schoss getroffen, Alter. Nice, nice, nice. Hm, Villa, Flugzeug oder Küsten? Ach komm, wir machen einfach mal die Villa. Ja. Diese Musik. Wahr verändern? Was kann man denn damit? Zeichen. eingeteilter sie ließe einen arsenalspiel im siegerteam ab gewinne einen messerkampf gold holen raserei erhaltet tötet hintereinander auch nö haben jetzt mal endlich dieser kacke sneeball weg wow ich habe jetzt einen getroffen na immerhin habe ich jetzt feuer ich habe ihn nicht ein einziges mal getroffen als wenn er jetzt nicht gestorben ist naja jetzt bin ich alleine hänge ich nicht so gut ich war hinter der wand so weiter geht's ok easy win also ich bin zwar auf dem elf platz aber trotzdem die siegel sandstadt wollen sie jetzt okay dann machen wir das doch jetzt go jetzt go let's go ok reicht ich habe immer noch 51 weil ich wollte ja eigentlich nur noch links blut finden würde effekte in den dünnel keine ahnung wie ich den getroffen habe ich habe ihn aber getroffen war ja sehr lange team leider gerade muss ich sagen ja ich habe ihn aber wir haben uns gegenseitig getötet na was sind das hier für die gitarre keine ahnung wie ich das gerade geschafft habe ihn zu töten aber ich habe es geschafft ah ich hatte nur noch drei leben ja ok aber ich hatte ihn auch fast eben ist wieder am stüssel hilfe wovon kam der denn jetzt na ok dann war nix ja durch die wand die ja ja wenn zwei dort sind kann ich aber auch schlecht was machen also geht dann nicht so einfach wovon boah jo wie habe ich denn noch bekommen nein ja ok dann habe ich jetzt aber null gesehen also den habe ich gerade gar nicht gesehen aber war war jetzt neiße schüsse die ich gemacht habe jo wie viele blaue wollen es sein ja ja ich bin jetzt gerade sehr am borsch ja ich habe keinen einzigen schuss getroffen boah boah ja 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 da habe ich nix getroffen leider ja ja perfekt ok leute wenn euch das gefällt dann lasst gerne liken und kommentar ausschaut auch gerne auf mein disco server vp der ist unten in der videoschrift verlinkt falls ihr online auch geld verdienen wollt schaut auch mal auf dem dritten link vorbei dort könnt ihr online geld verdienen mit umfragen ganz einfach ihr könnt sie sogar auf eure bank karte einfach auszahlen lassen also schaut gerne mal vorbei lasst ein like ein abo und kommentar da ciao ciao !!!! !!!! Untertitelung des ZDF, 2020